hi freunde und herzlich willkommen hier war archi gaming flo wieder am start oh mein gott winter upgrade team also doch wants to watch karten wir wollen uns heute anschauen was alles neues rausgekommen ist zur winter refresh promo die seht es schon eigen moment karten sind ab start kreuz sedan maradona ronaldo höhlet ihr bekommt heute alle hier in diesem video alle informationen in bezug auf die neuen sachen die rausgekommen sind und wir haben es hier schon winter upgrade team das winter upgrade team ist jetzt für sechs tage 23 stunden packs verfügbar ericsson bruno fernandez ibrahimovic dann aber natürlich immer noch das team of the week draußen und eigenen moment 89 einzigartige eigenen moment objekte sind für den rest von fifa 20 in packs verfügbar 99 maradona 97 sidan und 97 ronaldo unter anderem mit dabei und wir haben heute auch noch packs also bleibt auf jeden fall dran bevor wir rein starten ins video sehr stört gern schon mal die like button 300 likes gebe ich heute wieder als ziel raus und ja wer heute neu ist hat sowieso schon die letzten tage immer hier eingeschaltet habt da könnt ihr natürlich gerne auf kostenfreie basis ein abo da lassen und unterstützen auf den weg zu den 40.000 abonnenten und damit würde ich sagen starten wir rein wir gucken uns an was für spcs und so weiter alles neues rausgekommen ist und da bin ich jetzt wird mal gespannt da bin ich echt gespannt wir haben eben schon links in politano gesehen die frage ist wie ist der jetzt abgelbbar fangen wir einfach damit mal an ob hier irgendwas neues in den wochenaufgaben haben wir irgendwas neues sieht nicht danach aus oder klar woche drei bronze okay da schon mal nichts neues meilensteine hier sehe ich jetzt schon mal keine informationen in bezug auf die wo doch jungs bezieht sich das tatsächlich jetzt nur hier auf politano oder was also das heißt es gibt jetzt die neapel version mit 93 tempo 87 schuss 87 passen 90er dribbling 48 11 70er fysis von politano 89er und wir haben ja eigentlich sonst die möglichkeit die 87 version freizuschalten wenn ihr also die freigeschaltet habt dürftet ihr möglich die möglichkeit haben hier den endlich frei zu spielen ich kann jetzt momentan hier auf dem spc account ist noch keine sachen sehen vielleicht können wir es gleich über twitter oder so oder bei futbin genauer sehen aber damit würde ich sagen gehen wir weiter zu den squad building challenges und gucken uns an wie das hier aussieht ist hier irgendwas neues am start oh mein gott er legen beraut haaland als bundesliga spieler des monats für 27 tage verbleibend oh mein gott trikot wir haben ein trikot am start sagt mir ist es die spc draußen sieht nicht danach aus ok jungs also wirklich das ist hammer das ist echt wahnsinn sechs objekte für ein 89er haaland mit drei stern drei stern was ein bisschen nervt alter eine 89er version das ist heftig und wir haben die ganzen abgäste auch noch am start also jungs haben einiges zu tun und ich kann heute nur erstmal ein video machen es kann sein dass es heute abend spät noch ein video gibt oder im worst case morgen früh vielleicht geht es dann genau um diesen erding braut haaland aber bevor wir uns jetzt hier weiter darum beschäftigen aktualisieren wir erstmal futbin und gucken wie das ganze mit den spcs aussieht oh gott jetzt lädt das wieder alles nicht gehen wir mal rüber zu twitter ea sports oder haben wir es jetzt mal alles hier schwarz auf weiß das ist schon mal sehr sehr nice das ist sehr sehr nice also wir haben zum ersten moment karten winter refresh team wir haben 50 base stats upgrades haben wir uns gestern schon darum gekümmert haben wir darüber gesprochen dann aber neue meilenstein spieler objectives wir haben neue liegen spc rewards oh mein gott die haben wir uns auch noch nicht anguckt die gucken uns auf jeden fall gleich an special packs was ist denn hier mit special packs gemeint icon moments 89er okay gibt es auch auf die deutsche version dann können wir uns das ganz entspannt im angucken sieht so aus perfekt also 89 moments die jede eignen auf der höhe ihrer karriere widerspiegelt natürlich wissen wir bescheid dann winter refresh team eine ausgewählte gruppe an spielern mit zugeschnittenen dauerhaften upgrades zur verbesserung deines footclubs dann aber neue gesamtstärken für die top 50 am stärksten verbesserten spieler diese season oh mein gott which prime spieler pickpacks jetzt gibt sie heute abend oder was ich habe keine ahnung neue liegen spc belohnen die gucken uns gleich an drei dritter spieler wurden oder drei jahren dritter spieler wurden ausgewählten liegen spcs zugefügt während winter refresh okay neue meilenstein spieler aufgaben neue aufgaben um verbesserte meilenstein spieler freizuschalten ja das haben wir schon gesehen eben politano da wie gesagt am start hier haben wir jetzt die alter heftig 99er pelé 99er mara donald wie geil ist dieses kartendesign weiter geht es dann mit den guten jungs maldini 95er henry und der ganze rest jungs 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 wen wollt ihr von holen das macht bock auf mehr ich bin gespannt was wir vielleicht ziehen können fülle eine positionslücke unterstütze den team aufbau füge tiefe hinzu und erhöhe die möglichkeiten der mannschaft mit winter okay wir haben am start eine florenzi wir haben ein schulz am start okay das ist interessant ericsson ibrahimovic bruno fernandes areola matthäus kunja oh mein gott was haltet ihr jetzt von dem team okay ist am start von anhold interessantes team auf jeden fall ein paar transfers mit dabei und dann haben wir es jetzt hier vor einer minute gepostet die top 50 spieler aus aller welt mit den stärksten verbesserungen plus drei oder mehr haben ein abgeladen wie viel hat werner erhalten er hat tatsächlich ein plus drei und ich habe eine rote version auf dem haupte kommt das gucken uns gleich an zu welcher version der jetzt geupgradet worden ist also werner 86ers am start 85er unana war die 85er martinez 84er nd die 84er ödegard auf die 82 hoch hat einen effekt auf die future stars karte ich denke nicht thüram seht ihr da als stürmer 80er wir haben hakimi wir haben harland auf der 79 harit auf der 79 also und sagnoli 77er version interessant oder haben wir die zweiten wo sie man als 77er version jetzt am start hat er vor eine silberkarte isaac james haben wir schon gestern darüber gesprochen die miral diaby von leverkusen haben wir jetzt am start bennis von mönchengladbach okay wissen man auf jeden fall auch bescheid also da bin ich jetzt weiterhin gespannt wie das ganze aussieht spc mäßig haben wir trikot ja ich denke da wollen wir uns heute auch nicht darum kümmern und dann haben wir wie gesagt diesen harland nach 100 prozent sagen schon daumen runter es dürfte halt richtig richtig teuer werden so aber jetzt springen wir erstmal rüber und gucken uns erstmal diesen harland mal kurz an jetzt immer im überblick 85 86 86 86 87 87 und noch ein 87 wow das ist heavy das ist echt krass vielleicht wird dazu morgen oder so noch ein separates video kommen 27 tage haben auf jeden fall verbleibend dann haben wir die trikot spc guck mal kurz rein was wir hier abgeben müssen ich meine entweder gefördert euch das trikot dann schließt er die spc ab oder ihr lasst es halt sein 83 graden squad alles klar 60 team schmie ja moin also habt ihr bock aufs eigenen trikot ja oder nein ich würde es definitiv nicht machen ich finde es auch nicht schön so haben wir das auf jeden fall und damit soll es das auf jeden fall erst mal gewesen sein wir gehen jetzt rüber gleich zu den packs auf den anderen accounts und das auf jeden fall schon mal interessant dass wir jetzt nicht alle meilenstein spieler upgraden können sondern tatsächlich jetzt erstmal nur politano ob da jetzt diese ganze woche noch weiter was hinzukommt oder nicht da bin ich sehr gespannt wir springen jetzt aber noch kurz für die neuen informationen rüber denn wie er hat uns hier auf jeden fall auch noch was gelassen die frage ist wie lange geht die promo geht die eine woche haben wir das schon gesehen ich springe auch kurz rüber zum pc so hier war jetzt den link für alle informationen noch mal beisammen ja und damals wie gesagt noch mal schwarz auf weiß sozusagen ganze informationen also primark moments da sind jetzt auf jeden fall am start bis zum ende von fifa dann haben wir das winter refresh team introducing the all new winter refresh team with real world clubs making signings to help improve the squads now is the time for you to do the same each winter refresh team player will receive a unique uniquely tailored permanent upgrade designed to help improve your foot club by filling either position gab ja okay gut interessiert mich jetzt eigentlich so an sich nicht ja das noch mal kurz die information und dass sie natürlich jetzt in packs für limited time sind liegen spcs updates die gucken uns natürlich auch noch gleich im video an da steht es dann dass quasi während des winter refresh jede jede every league spc geupdatet wird also da schon mal die wichtige informationen und genau so sieht es auch mit den league objectives playern aus also nicht nur politano kommt sondern während winter refresh jede every league objective player will be updated also da ganz ganz interessant mit einer neuen version also das auch schon mal interessant ob dann dann noch mehr kommen ob das jetzt erstmal die erste ist und dann zum team of the season noch mal eine neue runde ich könnte es mir auf jeden fall sehr gut vorstellen ja und ja hier nochmal die erinnerung das natürlich erstmal die erste version freischalten muss ja dann aber die 50 spieler jeweils damals schon drüber gesprochen und natürlich dann auch die neuen spieler die hinzugefügt sind hinzugefügt worden sind über 100 spieler sind dazu gekommen haben wir schon gestern zum geschümmert vielleicht seht ihr das video oben rechts mal kurz eingeblendet das mal kurz zur information aber wie gesagt dass das dazu ja und dann springen wir noch jetzt kurz rüber haben uns natürlich noch nicht die spc liegen ab jetzt angeguckt und habe ich jetzt echt mal gespannt wer da am start ist und welche liegen jetzt erstmal quasi als erstes ausgewählt worden sind also bonusdetails bundesliga schon mal nicht csl auch nicht auch nicht mls auch nicht welche liegt als in die erste gewesen ah verdi hat auch quasi jetzt die spezielle design also von der serie a werde jetzt 91 tempo interessant jetzt ein 87er lm also da sieht man jetzt auch richtig okay der kam zu winter vielleicht promo dazu das auf jeden fall gut auseinander gehalten jetzt das finde ich schon mal gut und wir gehen vom rating ein bisschen höher wer die also am start und ist das jetzt bis jetzt die einzige liegen spc ich kann es mir vorstellen dass sie erstmal jetzt eine gemacht haben ja das ist erstmal jetzt dass das eine o und hier ist dann der vielleicht nicht auch nicht okay müssen wir das auf jeden fall auch ja das heißt wir können uns mal kurz angucken vielleicht bei futbin springen wir wieder rüber es ist ein hin und her heute es ist wirklich ein hin und her wenn die a denn mal dann lädt so und da ist jetzt futbin endlich geladen wer die mit seinen vier stern skills fünf sternen weak foot am start also das ist schon mal interessante information er hat schön tempo am starten dead-eye boah das sieht schon mal sehr sehr nice aus auch ein hunter 99 tempo komplett durch also das ist mal richtig geil liegen spc karte wie ich finde guckt euch das mal an beweglichkeit liegt bei 97 balance bei 95 oh yes jungs 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 das sieht schon sehr sehr geil aus was sagen die leute hier powerhouse vielleicht drauf ballern auch eine möglichkeit gucken was ein powerhouse geben würde war es denn am start ich sehe es auch nicht davor aus guten bau so die definitiv nicht nehmen definitiven hunter aber damit zu den packs so und da sehen wir uns noch mal kurz die information natürlich auch noch mal an euch es wird wahrscheinlich 20 mal die gold upgrade pc auf jeden fall jetzt am wochenende geben gucken wir mal ob hier vielleicht schon der werner geupgradet worden ist es kann ja sein ich kann es mir noch nicht vorstellen das wird wahrscheinlich ein bisschen zeit dauern ja ich habe also die rote version von timo werner mal gucken ob er geupgradet wird oder ob das nicht seinen inform betrifft und dann hoffen wir jetzt einfach mal ein von den geilen blauen karten zu ziehen die sahen auf jeden fall geil aus wir gucken was in die jeweiligen sets drin ist und wir fangen an mit wand oder walkout oh walkout inform frankreich zom wer ist es nein er ist ja zom ich habe gedacht es ist ben jedder oder es wird sagt schnell es wird mbappé oh mein gott jungs du kore ist der doch was wert da bin ich ja jetzt mal gespannt haben wir irgendwie auch promopacks oder so haben wir gerade eben gar nicht geschaut können wir es vielleicht zum ende des videos noch mal gemeinsam schauen oh yes jungs das ist schon mal geil schön auf dem hauptaccount oh yes sein saftige 100k das ist natürlich schon mal richtig nice ja das wie geil ist das denn wie geil ist das denn einfach oh mein gott ich packe erstmal alles in den verein aber wenn ihr irgendwie was seht was oh yes jungs okay also der wird auch was ich muss das alles später abchecken auf kämpfen wir müssen jetzt hier mit den packs durchkommen ich will das video nicht ewig lang machen aber es war schon mal ein guter start walkouts können wir gerne weiter hier sehen kommt schon die ey wieder wand oder walkout was ist denn hier los ah diesmal wird so eine wand england ztm na henderson henderson wird's ah komm lass uns doch diesen blauen das hat bestimmt auch richtig geile schuppen so blaue schuppen oder so das sieht bestimmt mega geil aus auch wieder gute liegen spieler am start wir gucken mal gerade ob hier pro packs am start sind 45 und 25 k-sets 15 k-sets soviel dazu so komm schon die mach ruhig weiter damit wand oder walkout hieß uns es sind übrigens die top partien packs wir haben uns ja heute morgen schon um die top party gekümmert ist um 11 uhr dürfte das gewesen sein um 11 online gegangen das haben wir auf dem spc-account abgeschlossen gestern während des streams bei twitch also checkt das ob ich gerne ab falls es noch nicht gesehen habt empfehlung geht auf jeden fall raus und das hier sind jetzt auf dem hauptaccount ebenfalls die spc packs und wieder wand oder walkout es wird eine wand frankreich wieder kommen ztm tool ist so es wird rabiot da bin habe ich auch noch nie gezogen dieses fifa also da habe ich mir relativ sicher dass ich den noch nie gezogen habe das erste mal sich die die aus einem aus dem pack sehe zwölf gold karten die wir noch nicht im verein hatten und jetzt das jumbo hier im gold pack zum schluss hoffentlich erfolgreich wieder wand oder walkout es wird eine wand jungs das waren erfolgreiche packs wenn man bedenkt okay es wird jetzt den neuen jahr stein aber wenn man bedenkt ja das ist wirklich die top partien per sets waren da bin ich auf jeden fall extrem mit zufrieden ja und ich bin gespannt was jetzt eure meinung ist zu den upgrades zu dem jeweiligen team mit ibrahimovic und co schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare ich denke im video war alles dabei informationen aber halt auch geile packs und packlack war definitiv am start insofern zerstört den like button wenn euch das video gefallen hat leider bin ich jetzt sofort straight wieder weg nachdem ich dieses video online gestellt habe insofern wird es wahrscheinlich heute abend keinen weiteren upload geben vielleicht geht es dann morgen früh weiter also um haarland da wird es wahrscheinlich noch ein separates video geben bleibt also dran lasst ein abo da insofern haut rein bis zunächst mal euer flo von archie gaming